Bieriges aus der Brauwelt. Schönes Leben hier. Riegele, das Genießerbier. Auf dem Plächergelände in Augsburg gibt es eine neue Attraktion. Die Doppelbock-Alm ist kein normales Festzelt, sondern versprüht mit dem vielen Holz eine urige Atmosphäre. Der neue Festwirt möchte hier seine Gäste mit leckerer bayerisch-schwäbischer Küche und süffigem Bier von Riegele verwöhnen. Es wird klassische Speisen geben wie Hähnchen. Die dürfen auf dem Volksfest nicht fehlen, aber dann auch Kässparzen. Dann werden wir Besonderheiten an Rehrücken anbieten oder ein Tomahawk-Steak. Alles als 3-Age, also auch qualitativ, wollen wir hier ein bisschen höherwertige Speisen anbieten. Dazu kommt eine feine Auswahl an Bierspezialitäten aus der Riegele Brauwelt. Wir freuen uns wahnsinnig auf den Plächer und ich bin einfach beeindruckt. Die Doppelbock-Alm ist wirklich was Besonderes. Die Materialien sind was Besonderes. Es riecht besonders. Ich finde, man spürt schon die Gaudi und die Atmosphäre. Und dass es bierig wird, dafür sorgen wir. Noch einen Monat wird hier fleißig gewerkelt. Bis zum Herbstplächer und bis zur Premiere für Festwirt Helmut Wiedemann und seine Doppelbock-Alm. Und jetzt ein Bier des Jahrzehnts. Schönes Leben hier. Riegele. Das Genießerbier.